Der Bundespräsident nach Indonesien weiter, um den Staatsbesuch zu erwidern, den Präsident Sukarno 1956 der Bundesrepublik abgestattet hatte. Er wiederholte seine damals gegebene Zusicherung, Deutschlands Anspruch auf Wiedervereinigung zu unterstützen. In Anwesenheit von Bundesaußenminister Dr. Schröder wurde die weitere Verstärkung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen vereinbart. Indonesien feierte die Gäste mit vielen Darbietungen.